Ostseelauschen. Geschichten für deine Auszeit am Meer. Der Podcast von der Ostsee Schleswig-Holstein. Hi Simone. Wir sitzen hier heute in einer ganz besonderen Location. Wir können es direkt mal sagen. Ja, warte mal, ich träge erstmal einen Schluck von meinem köstlichen Kaffee. Wir sitzen hier direkt am Strand. Und lassen uns die Sonne auf den Kopf scheinen. Tatsächlich. Wir sitzen mal am Strand. Wir waren gerade auf einem Fotoshooting hier in Niendorf. Genau, in Niendorf. Und jetzt sitzen wir hier direkt am Strand im Bootshaus. Mit Blick aufs Meer und genießen unseren Latte Macchiato. Genau, wir sitzen hier auf der Terrasse. Sonne im Gesicht, Drink in der Hand, also Kaffee. Unser Leben ist hart. Ja. Mal wieder. Du sagtest es schon. Wir kommen gerade von Shooting. Genau. Und diesmal standen wir zwei Nasen auch ein bisschen selbst vor der Kamera. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine kluge Idee von uns war. Ich weiß es auch nicht. Aber es war cool. Wir waren wieder mit unserem Haus- und Hoffotografen. Darf man das sagen? Haus- und Hoffotograf? Mit unserem Lieblingsfotografen. Mit unserem allerliebsten Fotografen. Ollo? Genau, Oliver Franke aus Kiel. Der macht hauptsächlich unsere ganzen Fotos. Der ist für all die schönen Motive, die ihr auf allen unseren Kanälen sehen könnt, verantwortlich. Also vielen Dank, Ollo. Genau. Ich bin ein großer Fan von seinen Bildern, weil die immer sehr, sehr schön sind und die Farben ganz toll sind. Und jetzt haben wir gedacht, für euch brauchen wir mal Fotos von uns. Also vielleicht, wenn ihr auf dem einen oder anderen Kanal plötzlich eine Veränderung merkt, dann ist es auf den heutigen Tag zurückzuführen. Vielleicht. Wir werden schauen, was dabei rausgekommen ist. Wir haben uns große Mühe gegeben für euch, damit ihr ein paar schöne Bildchen von uns habt. Und apropos Mühe, jetzt kommt eine richtig gute Überleitung. Wir haben gedreht. Wir waren ja schon wieder on Tour. Ja. Nämlich auf Fehmarn, meiner Lieblingsinsel hier. Ist es auch die einzige hier? Ich wollte es gerade sagen, es ist auch die einzige Insel tatsächlich. Vielleicht deswegen. Ich liebe sie einfach. Dort scheint immer die Sonne, außer an dem Tag, an dem wir mal da waren. Genau. Fehmarn ist die Sonneninsel, aber irgendwas hat die da falsch verstanden, als wir da waren. Das Wetter war super schön angekündigt und es war einfach stürmisch kalt und es hat ein bisschen geregnet. Genau. Aber umso fröhlicher war die Gruppe, mit der wir da gedreht haben, denn wir waren zu Gast bei der DLRG. Ja. Eine ganz coole Truppe. Die Retterinnen in der Not, die starken Arme, die dich aus dem Wasser ziehen, wenn es sein muss. Oder vom Strand retten, wenn du umgeknickt bist. Könnte passieren. Könnte passieren. Simone, bist du vielleicht umgeknickt und brauchtest Rettung in der Not? Man weiß es nicht. Also für alle, die jetzt überhaupt nicht wissen, worüber wir sprechen, schaut euch unser Video an von der Folge Ostseellauschen. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Aber ihr dürft auch jederzeit auf www.ostseellauschen.de gehen. Da gibt es alle Folgen. Ihr könnt euch da nochmal durchklicken, durchhören, durchlesen und Ollos Fotos anschauen zum Teil, wenn ihr darauf Bock habt. Und das war echt ganz cool, weil tatsächlich ist es ja so, dass die DLRG, das sind keine festen Angestellten, sondern das sind Menschen mit ganz normalen Berufen. Also Menschen wie du und ich mit Rettungsschwimmer-Ausbildung und Notarzt-Ausbildung. Nee, nicht Notarzt-Ausbildung. Erste-Hilfe-Ausbildung. Erste-Hilfe-Ausbildung. Die haben eine wunderschöne Unterkunft, auch direkt am Hafen. Die können da jeden Abend die tollsten Sonnenuntergänge anschauen. Also ich stelle es mir schön vor, aber es ist natürlich Urlaub mit Arbeit. Genau. Also es ist nicht so, dass die den ganzen Tag in der Sonne sitzen und das Leben genießen, sondern die arbeiten richtig. Die passen auf, die verarzten Menschen. Sie sorgen dafür, dass ihr und wir einen sorgenfreien, unbeschwerten Badeurlaub genießen können. Genau. Und ich finde, das ist wirklich eine großartige Geschichte. Und ich bin denen sehr dankbar, dass die tatsächlich Urlaub dafür nehmen, um auf uns aufzupassen. Ich finde, das ist super schön. Und natürlich fehlen auch hier Nachwuchskräfte. Ja, genau. Also wenn ihr jetzt gerade denkt, boah, nach Fehmarn, da scheint immer die Sonne. Außer an diesem einen Tag im Jahr, wo Lissi und Simone sich auch mal auf die Insel trauen. Da will ich auch mal hin. Ich möchte auch die Füße im Sand abends haben, Sonnenuntergänge, Sonnenaufgänge anschauen. Und nebenbei arbeiten, mit tollen, netten Leuten zusammen zu sein. Dann geht doch mal auf dlrg.de-mitmachen. Da findet ihr alle Infos. Oder schaut unser Video, da erzählt Jasmin, die bei der DLRG eben im Einsatz war, von ihrer Arbeit. Und was die da so erleben, machen dürfen, sehen. Und dass die so viel positives Feedback bekommen, dass die Gäste total glücklich sind. Und da ab und zu mal am DLRG-Turm vorbeilaufen, klopfen und irgendwie was Nettes da lassen. Und das ist irgendwie total schön zu wissen. Vielleicht macht ihr das in Zukunft auch mal. Ja, vielleicht macht ihr das in Zukunft auch mal. Geht doch einfach mal zur DLRG und sagt denen, dass sie tolle Arbeit machen. Ja, komm, das ist schön. Macht das mal. Ja. Ja. Genau. Das ist unser Tipp des Tages. Und ich habe noch einen Tipp des Tages. Und zwar, wenn ihr Fehmarn mögt, dann haben wir jetzt eine Empfehlung für euch. Denn die Kollegen von der Tourismusagentur Schleswig-Holstein haben auch einen Podcast. Der heißt Shorttime. Shorttime, der Küstenschnack. Genau, und die fahren hier durchs ganze Land und interviewen die Menschen. Und die waren nämlich auch auf Fehmarn, unter anderem bei den Chachulas. Die haben eine Surfschule. Das sind Zwillinge, wettergegerbte Männer mit Vollbart. Und die haben eine Surfschule und die haben sie interviewt. Genau. Also, wenn ihr noch mehr von Fehmarn hören möchtet, schaltet doch mal Shorttime ein. Unbedingt. Wir verlinken natürlich gerne in den Shownotes wieder. Genau. Lohnt sich, die zu lesen, ne? Was steht da noch drin, Simone? Da steht auch drin, wie man sich an uns direkt wenden kann, oder? Ja. Schreibt uns mal eine Mail. Hallo. At auszelauschen.de Wir verlangen irgendwie heute ganz schön viel von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ne? Ja, was sie alles machen sollen. Ihr müsst so viel machen für uns, aber... Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir hier mit Blick aufs Meer... Also, wir machen ja auch was für euch, ne? Wir sitzen ja hier mit Blick aufs Meer und nehmen für euch Podcasts auf und erhalten euch. Also, von daher, schreibt uns doch mal, wie ihr das so findet. Könnt ihr auch mal eine Gegenleistung uns dafür bieten? Also, wirklich. Wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr uns mal schreibt. Die netteste Mail kriegt ein kleines Geschenk zugeliefert vielleicht. Ja, und vielleicht grüßen wir euch auch mal im Podcast. Das können wir gerne machen, ja. Ähm, Lissi, was steht noch so an bei uns? Was steht noch so an? Wir sind gerade mitten in der Planung für die kommenden Folgen für Ostsee-Lauschen tatsächlich. Grömitz steht da ganz oben auf unserer Liste, oder? Ich möchte nochmal nach Grömitz. Ja, ich habe auch richtig Bock. Und wir verraten noch nicht, wo es genau hingeht. Das hört ihr dann in der nächsten Folge. Seid gespannt. Und, ja, wir wollen auch gerne mal in die Probsthai fahren. Ja, weil da sind ja jedes Jahr die Probsthaierkorn-Tage. Und das finde ich super interessant. Und wenn das klappt, das wäre ziemlich cool. Das wäre ziemlich cool. Außerdem wollen wir nochmal in die Hochwachter Bucht, oder? Oh, ja. Mir schwebt da so das Scoot Punker vor. Aber es war schon immer mein Traum, im Sommer mal aufs Scoot Punker zu fahren. Ja, ist jetzt auch zu meinem Traum geworden, weil du davon so schwärmst. Im Winter hast du immer geschwärmt, ich will aufs Scoot Punker. Und da wollen wir dann Ostsee-Lauschen drehen. Und wir sind irgendwie beide von dieser Idee total angetan. Und deswegen, weil wir glauben, ihr seid es auch, machen wir das jetzt. Ja, und ich verrate euch was. Ich konnte Lissi ganz schnell überzeugen, weil da gibt es eine Trakena-Zucht. Oh, ja. Also die züchten Pferde. Und Lissi ist ein großes Pferdemädchen. Ich als Pferdemädchen bin natürlich sofort dabei, wenn ich auch irgendwo im Hintergrund ein Viren höre. Oder es gibt kein schöneres Geräusch, Simone, auf der Welt. Und das meine ich komplett ernst, als fressende Pferde. Wenn die so heu... Fressende Pferde? So mampfen. Wenn die so heu, nicht mümmeln, malmen. Wenn die so heu fressen. Es gibt kein schönes Geräusch. Ich liebe es. Gut. Darüber lässt sich diskutieren. Wir könnten jetzt zum Beispiel darüber diskutieren, ob ich im Schnitt hier mal so ein Geräusch aufnehmen soll und das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal zugänglich machen soll. Wir schneiden einfach mal so ein Pferdefressen rein. Die nächste Folge einfach direkt aus dem Pferdestall. Ich finde ja auch das Meeresrauschen ganz schön. Oder das Kreischen der Möwen. Aber gut, so ein Fressen des Pferdes auch nett. Ja, nichts gegen das Rauschen der Ostsee. Aber... Ja, aber da freue ich mich wirklich sehr, sehr, sehr drauf. Da freue ich mich auch drauf. Wir streicheln Pferde. Ja, weil du streichelst Pferde und ich arbeite währenddessen. Und es ist auch ein heißer kulinarischer Tipp. Denn dort auf dem Areal gibt es ja auch ein super Gourmet-Restaurant, die Ole Liese. Genau. Da lohnt sich ein Besuch auf jeden Fall, ne? Ja. Das Restaurant ist tatsächlich sehr bekannt. Ich war da tatsächlich noch nie essen. Na, wir gehen ja bald mal, ne? Ja. Für Essen sind wir immer zu haben. Für Essen sind wir immer da. Also wir werden das Essen für euch testen. Hoffentlich, wenn wir Zeit haben. Jetzt machst du große Versprechungen. Ja, ich... Er für dich selbst versprochen. Du weißt, ich liebe das ja. Ich könnte ja überall Kuchen essen. Ja, ich mache die Versprechungen und du verteilst sie die Aufgaben. Und ich löse sie dann ein. Okay, alles klar. Machen wir, Simone. In diesem Sinne würde ich sagen, wir haben jetzt einiges versprochen. Jetzt müssen wir uns auch ranhalten, das umzusetzen. Oh je. Ja. Vielleicht sollten wir nicht immer den Mund so voll nehmen. Nee, ich würde sagen, wir genießen jetzt noch kurz das Rauschen der Ostsee. Ja. Und dann packen wir unsere Tasche, fahren ins Büro und arbeiten noch ein bisschen. Das ist eine super Aussicht auf den Tag. Ist eine super Aussicht auf den Tag, finde ich auch. Bei Sonnenschein macht das Spaß. Ja. Nein, es war ein wirklich sehr schöner Tag heute. Es war mal eine Abwechslung und es war schön mit dir. Unser Kaffee ist fast alle. Ja, leider. Und deswegen fahren wir jetzt zurück ins Büro. Genau. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Das war eine neue Folge Ostseelauschen. Geschichten für deine Auszeit am Meer. Der Podcast von der Ostsee Schleswig-Holstein. Wollt ihr mehr erfahren? Dann besucht uns unter www.ostseelauschen.de. Ostsee Schleswig-Holstein. Und das Luft dempert zu erleben. Vielen Dank.